hallo leute und herzlich willkommen bei der nächsten folge minecraft waro bist du auch schon drauf ja warte ich muss noch anfangen musste mein pack noch rein hier jetzt fang ich an hey leute und herzlich willkommen zur dritten folge war mit dabei ist der koffer und ja da ist mir ein kleiner fehler eigentlich werden wir bei der vierten wenn die dritte hochgeladen wäre übrigens habt ihr mir gesagt ich soll den sound bisschen leiser stellen das habe ich jetzt gemacht jetzt ist auch besser glaube ich jetzt versteht ihr mich auch besser ich glaube ich weiß wo diamanten sind ja aber ich habe gold ich habe immer noch finden das weißt du oder ja ich passe jetzt mehr auf hier ja ich habe gold direkt die anfang der folge wird er heute diamanten leute bitte heute diamanten hier ist ja bitte ja heute meiner ist fast ja lapis kommt jetzt ist gold lapis und danach kommen sofort diamanten wetten ja das passt perfekt jetzt geil dann schreibst du so in den titel lapis haben wir endlich diamanten können wir uns endlich mal voll dir machen unten die erschwert weil mein eisenschwert ist bald down ich weiß gar nicht ob sie voll die ja lohnt und ihr ja ja aber ja manchmal lohnt sich nicht weil du kannst den eisenschwert richtig hoch pushen weißt du ja ja ich weiß schon wo er kann es mir ein bisschen beschreiben wo du bist höhle gerade ist ein bisschen blöd höhle ist da wasser eine höhle wirst du mich nicht so leicht finden ich baue gerade bei einem sehr krassen weg wo es eigentlich relativ gefährlich sein könnte aber ich probiere es trotzdem mein schwert ist fast kaputt ich habe echt fast eigentlich kein wert mehr das sind keine diamanten das ist doch unglaublich und das ist jetzt eine blöde idee nein 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 tut mir leid tut mir echt leid ob das skelett verbrennt ich hätte morgen eigentlich wollte ich ja gestern die folge 3 hochladen es hat nicht geklappt jetzt muss ich sie neu aufnehmen weil ich sie aus versehen gelöscht habe ich dumm kommt er hat mich so löscht eine aufnahme oder keine ahnung ja also keine ahnung wichtig also bei mir sind ja bei mir gibt es alle folgen also bei mir gibt es wirklich alles hat mich halt so aufgeregt dass es nicht hochgeladen hat dann habe ich sie ausziehen kreiber jetzt sind wirklich viele kreiber vor ich habe sie echt aussehen hier mal komm creeper explodieren ist mir auch egal muss ich einfach diese dritte folge neu obwohl ich eigentlich heute die fünfte aufnehmen wollte die vierte hätte eigentlich heute kommen sollen aber naja da kommt heute die dritte morgen die vierte am wochenende wollte ich eigentlich ein bisschen streamen stimmst du auch mal wieder ja momentan eher weniger wegen warum also auch nicht das wochenende hier sind überall schon leute gewesen das problem hier ist eine werkbank hier ist eine höhle bist du da vielleicht das wäre geil bitte sei hier einfach bitte ich weiß nicht ob ich hier drin bin es ist so eine riesige höhle und zombie ist und skelett ich habe mir das ist ein ender man da ist ein fucking ender man ich habe es wieder noch mal geschaut wollen wir uns getrennt haben also ja war es mein video oder dein mainz ich habe es mir gerade vor hast du meins angeguckt weil dann siehst du auch wo ich war ich glaube nicht mehr du hast aber meine zwei teile angeschaut ja schon hast nicht gesehen wo ich da war ungefähr das neueste nicht aber also jetzt noch mal gute besserung an alle die jetzt krank sind weil ich weiß ja genau viele leute krank müssen gehen raus an die leute wo krank sind ja ich kenne als viele leute die ein bisschen die krank sind und ich hoffe ja meiner klasse grüße gehen raus an meine klasse weiß das weiß dann weiß du eine klasse das videos machst ja wir wissen alle dass ich sagen dagegen war es bei mir war das immer so man ich kann nichts ich kann nichts platzieren vor jetzt es wäre nur ziemlich peinlich wenn mein lehrer rausfinden würde das youtube mache ich habe es ein paar lehrer mal gesagt ja du abschaum ja 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 mein kopf interessiert ja nicht deswegen gucken sie das interessiert die nicht so oder die interessiert das gar nicht deswegen ist es auch gut gar nicht ich habe ich mein mittel lehrer so gequatscht ja war ein freund also ich bin wirklich leute die es interessiert als ich schätze er mein lehrer der hat ja eigentlich gesagt dass er gar nicht gerne spielt ja es gibt leute die spiel nicht gerne aber spiel macht macht gerade aus was ich finde aber spielen auch wenn ich ein mädchen bin und ich finde es trotzdem cool ja ist nicht schlimm kann man nicht machen nee weiß ich manche aufregen warum spielt mädchen ist nicht schlimm guck sarah kukati die spielen alle ja so sind auch alles mädchen dann darf ich da nicht spielen bin auch ein mädchen wäre echt mal schön wenn wir uns finden würden ja es wäre schon die ganze zeit aber ich finde ja echt keine dias wir schon leute waren das ist so geil das ist nicht geil leben mein schwert ist fast dann also wenn jetzt jemand auf dem server joint dann bin ich daumen ja ich weiß nicht was ich habe einen namen gesehen ich sneaker aber gerade hast du auch einen gesehen hello sag bitte dass du gerade namen gesehen hast nein könnte sein dass wir uns jetzt gefunden haben ich bleibe ich bleibe jetzt mal nicht es liegt ich bleibe jetzt erstmal so muss wieder zurück wo ich war what the fuck man geht hier um die ecken und es kommen ja creeper hier ist eine höhle ohne ende warum sind wir so viele creeper aber warum sind tagsüber creeper mehr in der höhle und wenn er packen sind ja da schon aber hier waren wirklich schon leute ich weiß nicht wo du bist und die folge ist wahrscheinlich das ist das problem jetzt finden wir keine dias war die anderen leute alle schon ich habe eine höhle jetzt möchte ich gleich was wissen also leute jetzt kein spoiler aber ich glaube ich weiß was passiert ist ich guck sie mir jetzt mal an und ja ich sag dazu dann gleich noch was leute ich habe eine frage schreibt mal in die kommentare ob ihr meinen texture pack schon gedownloadet habt und ob es euch auch noch gefällt würde mich mal echt interessieren dago ist alles klar und es würde mich dann echt interessieren eure meinung so was ihr dazu sagt dann mache ich beim nächsten tag besser als ob da also tot ist also schreibt mir eure meinung rein dann kann ich es beim nächsten tag verbessern oder ob sie wenn ihr es auch ganz cool findet dann kann ich ja ungefähr also ich mache dann das nächste pack schon anders aber halt manche sachen bleiben gleich würde ich mal sagen redstone brauche ich gar nicht sag mal bei jedem youtuber sind in jedem seiner packs immer ein paar sachen gleich ja schon ja bei mir wird es auch so sein aber nur ein paar sachen zum beispiel der stick weiß nicht ob ich den dann gleich aber ich finde den echt mega geil ich muss man mit meinem eigenen pack eine runde bett war spielen mit euch seht ihr mal ja das ist sandstein das ist so ich finde es echt ich glaube ich habe es schon gesagt aber egal auch bitte finde ich diamanten bitte leute ich glaube ich habe keine hoffnung mehr irgendwas zu finden was war kein bock irgendwie momentan bei vielen leuten ja irgendwie macht es mir auch nicht so bock weil wir nichts sind und wir haben uns nicht mal geschaut wie die gestript meint haben da kann man gar nichts mehr machen jemand ein aller schon gestript meint alter ohne scheiß hier waren hat überall schon leute und ich kann gar nichts machen und wir haben alle die aus und ich habe keine ja und wir finden uns auch noch dass das hier wirklich dahinter noch diamanten sind ja oder es wäre mein glück wenn wir uns endlich mal finden würden jetzt schon die ganze map glaube ich durch vorstellte das glas gleich zum spawn gehen die spawn koordinaten ja ich weiß gar nicht wo das bonn ist wo weiß gar nicht ich weiß schon mal dass bonn ist wo ich bin gerade in so einem wald auf bäumen wo richtig viele kühe sinne ok man ich kann ja gar nicht ich kann gar nichts machen jetzt einfach überall schon gemeint worden auch man ist der stefan ja auch bald tot ich weiß nicht nein er ist nicht tot aber es könnte sein es könnte passieren ja wenn irgendjemand kommt dann die haben eigentlich relativ gutes equip also ich sage jetzt mal so er hat nur noch so ein halbes herz oder was weiß ich ungefähr warum ist er kann später wieder drauf später nicht glaubt erst morgen wieder er kann morgen glaube ich erst er war ja heute sonst wirst du sonst hätte es mir nicht sagen können ja ja ich weiß wo es sind richtig viele schweine ich habe richtig viel essen ich glaube es wird echt nichts mehr mit diamanten also es ist langweilig die folgen ich weiß selber aber was soll ich machen wenn hier gar nichts ist ich weiß dass ihr ich weiß dass 50 oder sogar 90 prozent meiner zuschau niemals die ganze folge sehen wollen weil es eben langweilig ist es passiert kein action die ganze zeit bin ich nur eigentlich dasselbe machen ganze zeit nur rumlaufen tiere töten und das war's und dich suchen das ist das einste was in dieser dritten folge bei mir passiert gar nicht suchen weil ich eine mine bin wir werden schon wieder sehen keine sorge hoff ich meinen also ich brauche unbedingt eisen weil mein schwert ist gleich kaputt und mein holzschwert ist auch gleich was ist das denn oh mein gott was ist geschehen ja oh mein gott nicht dein ernst hast du jetzt die erst gefunden oh mein gott leute das tut mir leid du abschauen oh mein gott leute es tut mir leid dass ich auch mein gott ich kann sie nicht aufsammeln gg doch Papa die hast du es gewollt endlich verdient endlich leute wir haben endlich 8 es waren sogar 8 stück oh mein gott ich grabe hier einfach so rein da waren da die folge ich freue mich so auf das video gerade so im titel wir haben endlich oh mein gott da muss ich in zeit drauf verstehen oh mein gott ich bin bei so einem villager halt ich habe mich gerade übel gefreut wir haben gestern übrigens ein bisschen bad was gespielt habe ich mich so da war ich so richtig gut er hat sich alter der hat sich der hat sich richtig angestrengt also der junge ist nicht mehr normal ja er vergewaltigt richtig viele er hat glaube ich drei betten vergewaltigt ja vier maps also vier äh vier maps vier äh vier maps äh ja ja also es ist eine 4x4 runde so wollte ich sagen und dann habe ich einfach bei drei also bei allen drei die ins bett zerstört bei uns geht es ja nicht aber ich habe fast alle kills gemacht ja man egal leute ich verspreche ich werde mal mit kopf ab eine runde bettos oder so aufnehmen ok kann man können jeden fall ich bin habe ich auf der perfekten ebene für diamanten du ein bisschen script mein aber jeden fall werde ich mit ihm mal aufnehmen also für ein zaubertisch hat stefan gesagt ich habe jetzt eine diamantspielsacke obsidian nicht nur warro diamantspielsacke dann obsidian und dann verzaubern würde ich sagen würdest du auch mal gern mit mir so ohne warro aufnehmen ja klar wollten wir ja die ganze zeit schon mal machen ja eigentlich schon und wir hatten nie Zeit entweder war schule das problem oder irgendwas anderes oder es war ein aufnahmefails was eigentlich auch passiert ja das ist auch schon passiert nur ich finde dich schon wieder nicht ich bleibe jetzt auf dem baum boah das ist ja eine aktuellere folge dann könntest du mich in der nächsten folge suchen ne wenn du das anschaust ich weiß du warst hier schon an dem ort ach das ist richtig spoiler dann guckt es keiner mehr in die video an dann spaß ne weil das video nicht heute kommt ich will ja nicht aktuell bleiben also ich mache ja heute die dritte folge es ist ja die dritte folge bei dir ja eigentlich wollte ich die fünfte aufnehmen aber wie gesagt fail bei dir fail fail danke auf jeden fall an youtube dass ihr mir es nicht ermöglicht habt dieses scheiß video hochzuladen danke auf jeden fall ich muss ja auf jeden fall fixen das nervt wirklich lag das an youtube oder was ja mach ja was ist wenn ich jetzt gekickt werde dann dann ist es blöd weil wenn ihr leute ist weil wenn ihr leute sind ja aber hier haben wir ja schon obsidian das heißt wir können das rennen die am ich habe wenigstens schon mal diamanten leute also das schon mal bringt aber uns nicht sind wir uns nicht finden ist so das problem könnte sogar passieren dass wir die folge was sagt was laber ich es könnte passieren sogar dass wir gewinnen aber nein gewinnen müssen ja nicht die anderen haben viel besser gewinnen weiß nicht muss nicht sein dass sie deswegen gewinnen es kann auch sein dass sie irgendwie an lava verrecken alle fehlen dass wir dann trotzdem trotzdem gewinnen aber ist echt scheiße wie viele leute zurzeit kannst du vielleicht kaputt okay das video ist zu ende okay wir haben wenigstens diamanten kurz zusammenfassung halt und ich hoffe euch hat die dritte folge war gefallen bis zum nächsten video also zur vierten folge und ja tschau tschau leute ja ja tä ja 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 .